Und wie jedes Jahr gibt es eine grosse Abschluss-Jahresparty hier beim Urs Erwacher Urs. Die machen immer eine Art Jahresrückblick, kann man sagen, oder? Dann lassen wir doch schnell die Saison von dir Revue passieren, von dir und deiner Tochter. Ja, wie gesagt, wir haben immer Season Start und Season End Party. Und das ist jetzt die End-Party jetzt oben, wo wir am Schluss natürlich den Drecks nochmal laufen lassen und alle können mal hören, wie das klingt. Denn die India hat mehr Rennen gefahren als ich, ich bin ja nur ein bisschen mitgefahren mit meinem Auto. An zwei Rennen, sie hat versucht, mehrere Rennen zu fahren und es ist sehr gut gelaufen. Sie hat am Schluss, hat sie mich rausgeschossen in England in der ersten Runde und ist ins Finale gekommen vom letzten Rennen. Und es ist natürlich ganz toll, es war ihr ersten Finall-Live. Leider hat es nicht gewonnen, aber es ist natürlich sehr gut. Vor allem hat sie ihre Personal Best-Zeit auf unter vier Sekunden gebracht, auf 3,99. Also sensationell. Jetzt braucht es natürlich auch heute so sämtliche Mechaniker, das ganze Team ist da, wenn dir den Klopf quasi nochmal anzündet. Wie ist das jetzt vom Aufwand her? Ich meine, es braucht ja auch recht viel Energie dann. Also die Events, die wir hier machen, 2-3 Mal im Jahr, ist natürlich über Club 111 gesponsert. Das sind unsere Gönner, die zahlen alle einen Jahresbeitrag von 111 Franken. Wir werden dafür aber 2-3 Mal hierher eingeladen. Es gibt gratis Bier, es gibt gratis Würst. Wir lassen am Schluss den Trackster garantiert einmal laufen und geben mal richtig Gas, dass sie das von nachher anschauen können. Wir haben ja viele Fans, die das mehr als Gönner machen, die nicht an das Rennen kommen können, weil das halt weit weg ist. Und da geben wir halt das wieder ein bisschen zurück, was sie in uns investieren. Ganz kurz, wie geht es weiter? Weiter geht es mit der India. Sie werden natürlich jetzt nächste Saison alle Rennen fahren, also ab nächstes Jahr. Wir warten jetzt auf die neuen Reglemente, die rauskommen, was wir alles wieder umbauen müssen. Da ist alle Jahre immer ein riesen Theater. Es geht relativ lange, bis wir wissen, was wir umbauen können. Am Schluss haben wir einen riesen Stress, um das alles noch anzukriegen. Sie wird alle Rennen fahren, wenn es klappt, ihr Ziel natürlich auch Europameister. Und ich werde im Hintergrund ein wenig mithelfen und organisieren und dann auch mal ein, zwei Rennen mitfahren.